jetzt auch schon los hallo hallo ich bin jetzt zu Porto Main Zeit Prozent fünf Minuten bei Zeit fünf Minuten ja ich muss jetzt paske zu Portman er meinten ich will ich sie spielen aber hat immer Probleme zu Porto und allzu Fabi mach mal das bin ich hier ich habe bezahlt 6 50 auf die Stunde also kriegst du gar nix weil das Spiegelteam bestanden stimmt ich arbeite ja für dich ja okay äh ich gehe ich gehe ne ich gehe so ich gehe auf sowas wie eingebaut eisgeborene Handschuhe und sowas erst mal und CKS naja ich weiß was ich baue ich bin zu Portman also Fähigkeitsstärke Fähigkeitsstärke und Leben kann ich nicht beides doch oh ich weiß was ich weiß was ich baue hm geh mal weg du tankst die scheiße nicht hä doch nein mann sonst kommt der doch nicht durch ne ich juckt mich das ich brauch dich full life Alter als ob ich so ein Haustier vor euch bin BOM JUNGE ihr Opfer hat er schon gesumatet weiß ich nicht ich hau dir jetzt nur ein bisschen drauf geh weg ja okay hast du XP bekommen nein wenn ich welche bekommen hätte ich mich voll entschuldigt so richtig sorry sorry war mit Absicht du Huren Alter der Damage Pascal scheiß Ratte Pascal nein 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 hör auf du weißt keiner was ich vorhabe ja halt die Fresse du weißt es nicht ich hab weißt immer was du vorhabe und was keine Ahnung neiiiin warum warte mal ich muss schon was umstellen ah geil der hat den Flash von dir gesehen das ist ja direkt das Prozent Prozent kommt dafür krieg ich jetzt so noch verreckt noch mal m ich hab dir Minion geklaut ich gehe auf K meine mir auch schaden hier auch ja ich nicht schon was stimmt damit warum hab ich keine Alter so ne Abfuckerin ich hab grad voll die FPS Probleme ne wo war ach ähm äh kennst du Frame-Rad hmm ok dann halten wir halt 30 nur hab ich heute nur 30 FPS du bezüglich in Geldchen guck mal Alter ich hau dir voll auf die Fresse ich hab mir das heute ein bisschen weg ich mach keine Ahnung die Sonne Heizigkeit übelst hoch aber die Armee hier raus ne was schon so auf jetzt habe ich meine Achse also Pascal du äh als hier mein ADC warum hast du noch kein Kill aber was sind noch kein Support es geht mit dem Netz bleibt da er sagt dem arbeit ich nicht dass die kommen Zeitgewinnen und die Kammer waren die Städte auch auf sich die Scheiße drauf das scheißegal 2 1 2 1 1 1 1 1 1 im Gegensatz zu dem Tutsch übelst viel Adi Alter wie er hat man 75 und er hat? Ich hab 75 dead. Der hat ja gar keinen AD hoch. Lasse, du Opfer! Geh weg, komm. Geh weg. Ja, aber guck mal, wie viel Schaden die von mir schon passieren. Ich kann es lauen im Notfall. Ja, ja, passt schon. Ja. Ich baue mein Gebirgspanzer aus, oder? Pass auf, ja, aber stell dich an Tower. Ich komme gleich. Da kam ein bisschen Kotze mit hoch. Wie viel Damage hatte ich gerade noch? Was, 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 was? Wie viel Damage hatte ich 75, gell? Soll ich 85. So kleine Items bringen eigentlich voll viel. Zehntamage sind übel heftig auf meiner Q. Äh, was kaufst du eigentlich als erstes? Hä? Was kaufst du als erstes? Ähm, Fage. Das ist der Hammer. Ja, aber welches Item müsstest du ausbauen? Ähm, Trinity. Ja, gut, Trinity macht auf dir Sinn. Und dann will ich noch, äh, mir Muramane spielen. Ne, nicht Muramane, Essence Roy, ne. Ja, ne, Trinity. Was, warst du jetzt? Trinity, Essence Roy, Bob, Blutduster, KDU, den Bogen und den ist gestürzten König. Ja, okay. LoL, Twitch, eine QE-Kombo, guck mal. QB. Ich find das voll krass, äh, 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 dass du am Schluss von, für, äh, erlass des Donnerfürst nur noch, äh, 15 Sekunden brauchst, um auszulösen. Das ist schon um einiges, Bär. Statt 25, Alter. Du kriegst 15, alle 15 Sekunden so'n Schaden. Das ist abnormal. Das ist ein New Meter. So, okay, jetzt, jetzt geh mal rein, jetzt geh mal rein, okay. Ja, wenn du reingehst. Okay. Ah, geh dann bitte auf den Twitch. Ja, ich komm irgendwie auch nicht an die Rand. Aber die haben hier drin geboardet. Ich hab mein Slow drauf. Ja, okay, kriegt man nicht, kriegt man nicht. Ich hab ihn noch getroffen, den Bastard. Ja, okay, aber gut gemacht, gut ein Gage. Ja, ich hab Flash und Heal auch nicht raus oder so. Ja, die können halt, die, äh, wir können es hier im Gage haben, die nicht uns. Lass die ein bisschen kommen. Ja, okay. Wer hat eigentlich einen Kill von uns? Wer nicht, ne? Der Checks, oh mein Gott, der Checks. Das ist ja, aber zwei Tode. Ja, gut, aber, äh, äh, Killts Tode. Also, er hatte nur einen Tod, ne? Hallo! Tschüss. Hallo! Ey, tschüss. Oh, lass mal gehen, lass mal gehen, lass mal gehen! Der scheiß Affe hockt da nämlich. Wukong? Ja. Wukong. Ja, genau, Wukong. Lass Wukong boxen. Ich hab Ignite und Flash. Geh mal rein. Hä, 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 ja, ja, hau nur an. Ist eigentlich egal, wenn du fokust. Die halten bei dir eh nix aus, wenn ich das denk. Wo ich eigentlich falsch getroffen hab. Egal, egal. Ich glaub, ich spiel Elisabeth, Jungle. Hast du ein Wort? Ne. Ha, dann wort ich. Ich wort, äh, äh, ich wort dann immer da und tu da an den vorderen Bus. Eigentlich kann man den vorderen Bus nach am Pinkwort setzen, Herr Schmaler. Ja. Ich kauf nach einem. Ja, ich wort in den hinteren Wort. Bei den vorderen kommen die zu oft, dann ist ja irgendwie... Ja, ich mein den hier, ne? Ja. 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 Ich hab einfach keinen Mana, Alter. Ja, Alter. Komm. Ich hau ich dir eine. Ich hab dir meine in die Fresse gehauen. Ich bin glücklich. Der hat geultiht, ne? Seriously? Komm. Ja, warte, warte, warte. Er hat geultiht, was? Der hat, was? Der hat schon ein Ulti? Ja. Ich bin schon ein... Ja, ich jetzt auch. Geil. Mann. So, dann hab ich irgendwie FPS-Probleme. Naja. Ich muss das Video ja nicht... Sohna geht back. Sohna geht back? Hm. Halter. Pascal, gabst du Kriegsteig? Ja, okay, er geht auch. Er geht auch. Oder er weiß, dass ich hier bin. Hm, der wird wahrscheinlich jetzt auch gehen. Egal, der Puschmo. Hm. Warum hab ich jetzt... Ich war bei mir jetzt, ne? Ich gewonnen. Ich mach schon. Mach du den hinteren Bustand. Pischlich! Der legt sich aus so. Warum? Boah. Eklich. Was ist eklig? Twitch. Gif. Du findest die Rasse eklig? Oh. Du hast voll ein bisschen brain. Brain fucked. I hate her, Blaine. I just hate her. Ich hasse dich. Aber der heißt, der Zuckergiezer, der muss es können. Wer der Zuckergiezer gießen kann... Oh, weg, weg. Pischlich! Ja, ich ja, lauf nur, lauf nur. Ja, ran, ran, ran. Ja, ich flash. Boah, ich hasse es. Äh, Sir, ich warte noch auf den Pink Ward, okay? Jo. Dann haben wir einen Vorteil gegenüber denen. Ja gut, dass wir den Affen gesehen haben, sonst wäre man, glaube ich, echt tot gewesen. Ja. Und zum Glück hat sich mein Heer ready. Ja. Das heißt, du bist verreckt. Das war voll geil, der, äh, der Jump zu rein und ich kopflos. Instant aber. Also, I gank mit in der Min. Ich finde aber, Crave's Jungle macht wenig Sinn beim Ganken. Ja. Du hast, du hast halt deine... Alter, meine Kiyo, alter. Ich bin jetzt so broken, alter, wenn ich full AD bin. Ja. Also, das ist... Trinity wird doch auch von, von, äh, äh, deiner Kiyo ausgelöst. Ja. Ja, vollkommen, Coupé. Mhm. Junge, und dann noch, äh, wenn ich hier... Alter, nein, genich, 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 genich. Scheiß drauf, scheiß... Ja, egal. Genich, genich, alter, wenn der jetzt gleich verreckt, alter, ich fläge ihn dann so tot. Ich muss ihn am Leben halten, ne? Hä? Ich will ihn am Leben halten, nur deswegen. Boah. Die sind so greedy, alter. Ja, okay, er kriegt ihn zwar, aber... Ich hab keinen Bock, dass er so greedy wird. Ja, das ist halt, das ist halt ein bisschen... Alter, kann der mal aufhören? Hm, Junge. Okay. Okay. Easy. Ja, okay, ich mach nichts mehr, alter, ich geh jetzt. Ich hol jetzt Minions. Tschüss. Guck mal, Minion hier. Ich hätte voll gerne, dass das Minions halt. Wenn es stark genug wird, kannst du einfach, äh, deine Minions immer hochhalten. Das hindert übelst am, äh, Gegner pushen. Äh, am Gegner farm, wenn du die ganze Zeit healst. Ja, 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 immer, immer gegen heil. Oh, ja, ich krieg den Minion. Oh, der wurde gehirrt. Oh, ich krieg den Minion. Oh, der wurde auch gehirrt. Und dann hat der zu viel Leben, dass er in One-Hit und dann tötet den normalen Minion. Und krieg den Farm nicht. Boah, das war mein, der LCS so. Da hat, äh, haben die Minions anscheinend, die Kindred eh mehrfach ausgelöst. Äh. Du hast gesehen, da hat, äh, äh, Schuck, warst glaubt, gegankt? Gegen Sven oder so? Oh, Gottes Willen. Und, oh, weißt? Auskomm. Ist rein? Hä? Ja, okay. Nein! Du hast ihn aus meiner Ulti rausgeboxt. Sorry. Ich hab, ich hab... Ja, weg, geh weg. Geh weg. Ich hab, oh, ich hab gleich Ulti. Ich brauch nur noch genug Mana. Okay, auf, sorry. Und du boxst halt einfach aus einer Ulti raus. Ja, ich hab nicht gedacht, dass du jetzt schon Ulti raus. Ich dachte, du wartest, bis ich den WL zu dir weh. Ich dachte, das war nicht unsere Taktik, aber... Ja, gut, ist egal. Jetzt ist schon zu spät. Ja, wir haben Tauer bekommen. Well, 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 well. Bauch war das magische Auge weg. Ich kaufe neu. Komm mal auf. Ja, wie viel später noch für Trinity? Nein, ein Item. Nein, ein Item. Ja, ein Item. Und dann halt Trinity. Wenigen... Was ist das? Es ist nichts, es sind zwei Assists. Und bis zum Fall. Ich finde, das nämlich so, unbeutzame Wille, also alles das Ulti ist komplett broken. Naja... Du kannst ja... Alter Alkali kommt! Oh! Nein, was? Hä, ich hab den getroffen, oder? Nein, nein. Nimm die Sinn. Wie, als ob ich ihn nicht getroffen habe. Oh mein Gott. Schick dir einfach noch weiter weg von uns. So. Aber die Ausnahme FPS sind eigentlich heute ganz gut. Bin ich ja voll zufrieden. Und ich hatte, so wie ich es mitbekomme, kein Leck. Krabbenfight, Alter. Fight jetzt die Krabbe. Was macht er? Oh lol. Was macht er? Ist der Craze eigentlich full Armupen? Kann das sein? Wird er irgendwie da hingehen? Nein! Oh gut, hat geklappt. Ja, ja. Ich wollte eigentlich noch Blubuff machen. Oh, der Turch kommt. Ha! Du lässt den, Alter. Haha! Ich lauf zu dem hin, der läuft weg! Oh! Oh! Echo fresh! Das soll nur kommen, ich hätte ihn weg. Ich weh ihn weg. Ich weh ihn weg. Ich weh alles weg für dich. Ich liebe dich. Der kommt, der kommt. Kommt der? Kommt der? Ja, okay, Alter. Weißt du was, weißt du was? New Meter! Bam, Alter! Es lag dir übelst! Bei mir nicht! Bei mir aber! Ja! Ich hab's geschafft! Trace kriegt schon wieder einen Double Kill! Alter, geil! Es hat geklappt! Hast du das eigentlich mitbekommen? Hm, was? Ja. Ich hab dir Rüstung gegeben. Die Leute, ist meine Ulti eigentlich geflogen? Ich glaube. Ich hab sie gar nicht gesehen. Bei mir hat's grad übel geleckt. Aber auch nicht pingen geleckt oder so. Einfach aus Prinzip. Ja, das hab ich ja die ganze Zeit über. Aber nicht jetzt so. Teamkampf, alles flüssig. Aber zwisch durchgehen, einfach mal zwei, drei FPS flöten. Total komisch. Oh, ich wüsste mal gucken, was ich jetzt eigentlich aufnehme. Das guck ich nachher. Obwohl, ich guck's jetzt schnell. Ja, okay. Nö. Ein einzigster Vorteil ist gegenüber dem Twitch, dass ich mehr Farm hab. Ja. Ich bin aber voll stolz auf mich. Ich nehm grad in, äh, äh, Full HD auf und ich hab nur zwischen. Und hab halt, äh, nicht immer Lex, ne? Bin ich voll überrascht. Pass auf, der kommt, der kommt. Kannst du mir, kannst du mir, kannst du mir? Ja, oder? Jetzt, jetzt, jetzt kommt Scher. Ich geh noch mit der Lecke, Kokschelle. Hä, was machst du, wenn du jetzt hier... Sona, Sona, Sona! Alter, komm mal, komm mal! Ich schreck dir alleine! Ja, lol. Die ist dein Damage, Alter. Ja, Pascal. Thunderlord ist nicht OP. Ja, komm, auf Support schon mal. Ich bin mal weg, Leute! Oh, aua. Der hat aber mir schade gemacht. Die versuchen dich gar nicht mehr zu, weil die wissen, die kriegen dich eh nicht. Ja, und ich hab einfach, ich hab einfach den Krabsky gerettet. Ich, ich bin der, Junge, ne? Jetzt aber bleibt auch, ich geh noch nicht weg. Ich bin der perfekte Supporter. Channel of 10. Wood fuck. Ich weiß gar nicht, auch ich mir Klanz oder, ne, ich hab mir Rüstung. Voll Rüstung. Los, Pascal! Rein! Work it better. Pops, Alter! Ach, ist nicht geworden. Ich mag's ja, äh, äh, ich mag's ja eigentlich meine Q, oder? Ich bräuchte mal langsam AP, würde ich vielleicht mehr Schaden machen. Weil, bei meinem jetzigen Schaden bin ich voll unzufrieden. Ich kann zwar Twitch 101, aber sonst... Können wir mit Blue machen, wenn der das? Jo. Oh, fang die Sona, fang die Sona ab! Kommt die hier lang? Hä? Ich hab die doch voll getroffen mit meiner Q. Ey, die fickt man, die fickt man. Nein, fickt man nicht. Ja, okay. Please report my team. I think they attend... Alter. Ich bin zwar, ich muss zugeben, ich bin zwar auch toxic manchmal. Ich finde man kann das auch nicht übertreiben. Hä? Der darf nicht machen. Nein. Alter. Dieser Q-Damage. Was? Alter! Was soll der Scheiß? Was ist grad passiert? Ohne Witz, was ist grad passiert? Lass Tower Difen kommen. Ah, mein Ulti hat den schon gehittet, oder? Schau mal Tower Difen. Naja, das sind zwei. Alter, mein Schaden! Ja, okay, lass gehen. Ich will nicht unbedingt ulti müssen. Also, ich geh back. Oh, Alter, mein Auto Attack Damage! Ich geh back, ne? Ich geh back, ne? Nur, wie du's weißt. Ich bin jetzt back. Ich geh grad back. Ich teleport mich grad back. So. Ich bin einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin kein ADC. Ich hab nämlich keine Kills. Ich hab nur Supports und keine Tode. Ich hab einfach sieben Supports. Ich hab fast einen Gegner alleine gekillt, ne? Ah, ich muss ja mein Items kriegen. Ich muss formen. So ist das aus, man. So ist das Abbringzeitverringerung. Äh, was wär lustig. CK. CKs. Ich baum jetzt CKs. Ich hab 21 AP Pascal. Jetzt wird gefaked. Nice. Alter! Was? Alter! Ohoho! Die hassen dich! Die hassen dich einfach! Lol. BAM, ULDO! Eigentlich soll ich ja Sunfire bauen, ne? Jetzt fick ich Echo. Jetzt guck, Herr Pascal. Jetzt, jetzt zeig ich dir, was du aus mir gemacht hast. BUM, Junge! Oh! Wie dir einfach wirklich geht! Ja, okay. Fightet mich, ne? 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 Jetzt kommst du her, alter. Jetzt kriegst du auch ne Schwelle. JAAAAAA! Jetzt kommt's gleich KS. Nö. Ich hab den gerettet. Ja, GG. Oh. Also, ne? Das war dann League of Legends für heute. Ne? Pascal ist schwul. Tschüss! Das war aber auch nicht. Vielen Dank.